hallo meine sehr verehrten zuschauer sorry falls ich ein bisschen zerstreut aus sehe ich bin ein und etwas betrübt wirke ihr habt das vielleicht schon mit willkommen mein hauptkanal mit über 320.000 abonnenten wurde tatsächlich gelöscht ich habe keine ahnung fünf jahre glaube ich jetzt an diesem kanal hart gearbeitet habe jede woche ein video hochgeladen und es ist echt einfach übertrieben wenn man sich überlegt wegen welchen videos der kanal gelöscht wurde jetzt wisst ihr bescheid es gibt ja leute die schreiben ja noch so auf twitter wurde dein kanal gelöscht oder so ja er wurde gelöscht was denn sonst so nein ich habe ich habe einfach so eine meldung auf youtube einprogrammiert dass der kanal nicht mehr aufrufbar ist weil ich es ganz witzig fand oder ich dachte mir ich ich lösche den kanal selber oder was weiß ich ja wurde gelöscht haltet auf jeden fall ausschauen nach neuen videos auf diesem kanal ich werde demnächst vielleicht euch methoden sagen wir vielleicht dafür sorgen konnte dass der kanal wiederbelebt wird und ihr fragt euch jetzt bestimmt auch ja wegen welchem video wurde der kanal gelöscht also ohne schaß das ist einfach das allerleckerlichste von allen ist ich sehe ein wie manche sagen ja ja der video ist meine videos sind kontrovers oder schaden der inhalt sind schaden der inhalte aber wegen dem video oh mein gott also beziehungsweise wegen den videos also die letzten zwei strikes ihr werdet es nicht glauben und ich will jetzt nicht spoilern ich glaube ich mache ich sage das in dem kommenden video seid gespannt welche videos es sind also ich denke jeder größte gegner meines kanals würde übereinstimmen dass es nicht fair ist wegen diesem video gelöscht zu werden wegen wegen diesen videos danke für euren support peace